Yo, was geht ab? Wenn ihr euch fragt, warum hat die komische plötzlich Augenbrauen? Dann guckt auf jeden Fall das Video von Samstag. Auf jeden Fall, da ist auch was für euch dabei, by the way. Und wir öffnen jetzt meinen Kalender. Heute ist der siebte, müsste. Da ist wieder ein Lippenstift von Trended Up drin. Und zwar Farbe 0,50 Matt. Oh, nice. Ja, ich beachte dich, mein Kind. Sieht sehr geil aus. You see? So, ich muss jetzt los. Könnt ihr die Farbe hier besser sehen? Maybe. Schöne Farbe auf jeden Fall. Gut gemacht, Mama. Gestern war Nikolaus. Ich zeige euch einmal, was in meinem und in Lauras Adventskalender drin war. Und was ich zu Nikolaus bekommen habe. Und schreibt mir mal, was ihr zu Nikolaus bekommen habt. Ich zeige euch mal kurz, was die letzten Tage in meinem Adventskalender war. Am 4. war so ein super slim Lip Stylo von P2 da drin. In keiner Farbe. So sieht der aus. So ein schönes Pink. So geswatcht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das richtig seht. Sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Voll extrem. Also voll knallig die Farbe. Richtig geil. Und dann 5 Schokolade, ein Lindt, Mark de Champagne Trüffel und heute Nikolaus. By the way, Happy Nikolaus von Happy Nikolaus, wie auch immer. Von P2, Line and Color Contouring Matte Eyeshadow. Farbe 040 Blueberry Pie. Sehr schöne Farben. Hier. I like these. Mama hat mir gerade noch was zu Nikolaus gebracht. Das gucken wir uns mal an. Eine Apfelsine. Mandarine. Mandarine. Das ist immer so das Standardzeug. Was ist das denn? Das gucke ich mir gleich an. Ein Snowman. Leider habe ich heute kein Cheadle. Ein kleinen Lindt Weihnachtsmann. Smarties Kugel. Noch eine Smarties Kugel. Ein Kinderhaus. Geil. Ich brauche eine liebe Kinderschokolade. Oh. 5 Euro. Und irgendwie sowas hier. Was ist das? Oh. Da war noch ein Zettel dran. Oh. Wie süß ist das denn? Das ist eine Kerze. Lol. So ein kleiner Schneemann. Wie süß ist das denn? Oh. Voll niedlich. Hier. Danke Mama. Äh. So Laura, mach jetzt die letzten Türchen auf. Drei Stück. Stimmt. Drei. Ja. Du musst heute drei Tees trinken. Oh, Beere. Waldbeere. Yummy. Oh, ich bin ganz aus dem Atem. 4. Wo ist es? Hier. 12 Kräuter. Das ist ja was du nicht. Immer diese blöden Kräuter. 5. Viel Türchen sind das. Yo. Hä? Krass. Da unten. Gold. Schwarz Türchen. Musst du verschenken. 6. Gold. Omas Früchte Geheimnis. Oh, wie geil. Das sieht voll lecker aus. Den trinke ich jetzt. Zeig mal, was da drin ist. Steht das da irgendwo? Nee, ne? Nee, aber Pflaumen und Vanille. Vanille. Und Zimt. Hm. Riecht auch gut. Ja, boah, der riecht voll lecker. Geil. Chantal ist zurück. Kommt bekannt vor, oder? Hi. Hi. Wir sind Chantal. Ich bin Chantal 1. Ich bin Chantal 2. Und ich bin überhaupt nicht übertrieben geschminkt. Ich auch nicht. Das ist mein Alltag. Ich finde es sexy. Hi. Hallo. Reicht. Einmal 1, 2, 3. Und wir versuchen es noch einmal. 1, 2, 3. Hiiii! So kitschig! Ab zur Uni. Ich schreibe gleich Klausur. Keine Lust. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich war ja gerade noch in der Uni. Keine Bock mehr. Ich werde jetzt erstmal was essen, weil ich richtig Hunger habe. Und dann noch lernen. Irgendwie ist das voll blöd montags zu vloggen, weil dann die Vlogs so kurz werden. Weil ich halt Ausbildung, Uni lerne, chillen, schlafen. Naja, aber generell könnt ihr mir mal sagen, ob ihr lieber kürzere oder längere Vlogs mögt. Also so lieber 5 Minuten oder lieber 15 oder so. Ähm, das wäre glaube ich mal ganz interessant. Und gestern übrigens haben Laura und ich noch 2 neue Serien angefangen. Und zwar Outlander. Das ja, könnte ganz cool werden. Aber weiß ich noch nicht. Müssen wir mal gucken. Und Resurrection. Das glaube ich ist ganz cool. Also da haben wir die erste Folge glaube ich nur geguckt. Aber die war ganz cool. Ich glaube das könnte was werden. Und ich habe gestern noch 1, 2 Folgen Teen Wolf geguckt von der 5. Staffel. Ich merke wie ich es vermisse. Es fehlt mir so. Ich liebe Teen Wolf. Ähm. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Was habe ich jetzt vergessen. Keine Ahnung. Ich habe gerade im Zug noch angefangen hier mein Crossfire Band 3 Buch zu lesen. Sehr geil. Klausur habe ich auch gerade geschrieben. War ganz okay. Ja. Unter der Ausbildung war ja mal richtig lustig. Wir haben uns 80er Jahre mäßig geschminkt. Und das war so lustig. Wir sahen einfach alle aus wie Chantalö. Das war sehr witzig, ja. Naja. Ich mache mir jetzt mal was zu essen. Lernen. Und dann fühle ich noch ein bisschen, wie ich pin. Ja. Geil. Oh, Vanessa war böse. Heute ist zwar kein Cheat-Day. Aber ich habe trotzdem mein Ui gegessen. Denn es ist Adventskalenderzeit und da bin halt auch ich ein bisschen böse. Oh, 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 oh. Und in meinem Ui war dieses Gerät. Es hat hier so Karten dran. Damit kann man wohl irgendwas spielen. Und hier so ein Ding. Oh. Es hat hier so Karten dran. Damit kann man wohl irgendwas spielen. Und hier so ein Ding. Damit kann man wohl malen. Oder auch nicht. Ähm. Ich werde nicht ganz schlau auf diesem Gerät. Und ich verstehe dieses Spiel nicht. Guckt es euch an. Wenn die Karten so sind, ist das Daumen runter. Wenn die Karten so sind, ist das Daumen hoch. Und man kann ein Kreis eine Schnecke auf den Tisch malen. Grandios. Es ist grandios. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll. Auf jeden Fall ist das absolut super. Und by the way, diese Kerze. Ich glaube, ich habe sie von Bath & Body Works. Riecht enorm geil. Enorm. Maaah. Ja. Ich werde jetzt mit diesem Ding spielen. Nicht. Ich verstehe wirklich nicht, was man damit machen soll. Vielleicht kann man sie ausmalen. Ach. Kein Plan. Oh, wie sieht die Karte aus? Kinderzähl. Kinderzähl. Wie süß. Erdbeer Himbeer. Boah geil. Erdbeer Himbeer ist geil. Ja, kannst du trinken. Nein, ich probiere davon. Ich hab noch so viele, die ich trink. Ich trink das nicht weg. Filmst du, blockst du, vloggst du überhaupt heute? Ja. Ich krieg mein Zupfen. Möchtest du berichten? Etwas? Wir gucken jetzt Resurrection weiter. Ich kann das glaube ich nicht aussprechen. Resurrection, ne? Resurrection. Resurrection. Ich weiß nicht. Findest du diese Serie auch gut? Ja, bis jetzt werden wir nur eine Folge gesehen. Was fand du diese eine Folge? Ich auch besser als, ähm... Outlander. Ne, das war auch ganz gut. Wovon haben wir denn noch eine Folge geguckt letztens? Von The Strain haben wir zwei geguckt. Und Bloodline. Bloodline, ja! Ne, das hat mich auch nicht so gepraut. Kann ich mal gucken? Ich hab gar kein Netflix, kann das gar nicht gucken. Ja, warte erstmal. Jetzt gucken wir erstmal das, dann das, dann das, dann das. Und irgendwann gucken wir auch noch Bloodline. Irgendwann. Wenn wir uns da mal drauf konzentrieren. Bye, friends! Aber es kommt grad Fröschlauge auch nicht. Bye, friends! Oha! Nala hat's gewonnen. Guck mal, wir haben ein neues Spiel. Lass deine Schwester auch mal mitspielen. Okay, reicht. Das ist voll lustig. Geht so. Ich glaub Elsa mag das. Oh, jetzt hast du's auf den Boden geworfen. Ja, hol's. So, friends. Schlafenzeit. Ich werde jetzt schlafen gehen. Ich wünsche euch eine angenehme Nacht. Bis morgen. Tschüss.